Meet Europe. Alle, die Blasmusik lieben, haben bei diesem Klang sofort verträumte Augen. Blieb es in den letzten beiden Jahren ein Traum, konnte heuer dieses Festival wieder stattfinden. Es zählt zu den größten Events unserer Region und zu den schönsten Festivals Österreichs. Ich glaube, die Meet Europe ist eine hochkarätige Veranstaltung für die Region Schlafmink-Dachstunden. Das wird einem bewusst, wenn jetzt zwei Jahre Pause waren, wenn du jetzt die ersten Klänge wieder hörst, die qualitative Musik, die Gäste, die aus der ganzen Welt herkommen und auch vor allem das Programm, das unseren Gästen in der Region geboten wird, aber auch den Einheimischen, die ja vor allem auf der langen Nacht am Donnerstag sehr gerne kommen und da sind ja tausende Leute im Stadtzentrum von der Gemeinde Schlafmink unterwegs und für uns eine tolle Veranstaltung, weil wir zeigen können, dass Schlafmink auch ein anderes Licht erstrahlen kann und ich glaube, 25-Jahr-Jubiläum, was soll man dazu sagen, einfach tolle Sache, tolle Leute und viel Engagement der beteiligten Personen. Neben Ingenieur Ernst Reuer wurde auch Landeshauptmann Christian Drexler zum Kulturbotschafter für die Meet Europe ernannt. Die Eröffnung eines solchen Festivals gehört wohl zu den schönsten Pflichten eines Politikers. Der Landeshauptmann kam vor allem mit vielen guten Wünschen. Ich wünsche vor allem, dass sie einen schönen Aufenthalt hier in Schlafming haben, dass sie neben dem Musizieren, was gut gelingen möge, auch ein bisschen der wunderbaren Landschaft hier im oberen Enstall kennenlernen und dass es ein unvergessliches Erlebnis für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bleibt. Die Musikkapellen finanzieren die Teilnahme zur Gänze selbst. Niemand erhält Gagen. Trotzdem kommen Musiker und Musikerinnen aus aller Welt nach Schlafming. Kein Wunder, dass die Begeisterung der leitenden Organisatoren auch nach 25 Jahren ungebrochen ist. Ich habe sehr viele Menschen kennenlernen dürfen durch die Musik und das ist einfach bereichernd, belebend, das ist ganz was Besonderes und den Menschen geht so und das ist ja das Schöne. Die können vielleicht am Anfang nicht miteinander sprechen, weil der eine kann nur Spanisch, der andere kann nur Englisch und dennoch gemeinsam musizieren funktioniert. Meet Europe bedeutet für mich einfach weltweites Zusammentreffen unabhängig von Nationalität, Religion und um miteinander zu musizieren, um sich auszutauschen, um Freundschaften zu schließen und bei mir an oberster Stelle steht immer das Weltjugendorchester, weil wenn man sieht, wie die jungen Leute sich in einer Woche engagieren und zusammenfinden und dann wiederkommen, das ist einfach hell. Dieses Lied, das nicht nur für Kinder gut zu merken ist, ist Teil der Kooperation der Meet Europe mit der Bergrettung. Diese nutzt die Gelegenheit den Kindern ihre Agenda musikalisch begleitet näher zu bringen. Heute vor dem Kongress werden wir unseren jüngsten Gästen die ganze Einrichtung der Bergrettung etwas näher bringen. Wir zeigen unser Einsatzfahrzeug her, mit dem wir notfalls irgendwo weit auch rauf in die Berge kommen. Wir zeigen, was wir so ein Rettungsmaterial dabei haben. Wir werden den Kindern ein bisschen erklären, was ist die Bergrettung? Wann braucht man die Bergrettung? Wann und wie kann ich die Bergrettung verständigen? Und in weiterer Folge werden wir noch eine kurze Schauübung dann präsentieren, wo wir die sozusagen vom Dach einmal uns abseilen und eventuell dann ein, zwei Kinder auch einmal ein Stückchen raufziehen und denen das zu zeigen. Wir haben versucht die Musik und alle Aktionen, die mit den Kindern gemeinsam gemacht worden sind, auf diese Geschichte abzustimmen und die Musik war Teil der Geschichte. Die Dramaturgie und beim Gewitter zum Beispiel und der Donner und Blitz ist dann immer lauter und heftiger geworden. Das haben wir versucht durch die Musik zu erzählen. Also die Absicht war natürlich, dass die Kinder meistens bei so Kinderkonzerten auch bewegungstechnisch dabei sind, dass sie mit singen können, dass sie zuschauen können, aber auch nicht überfordert sind. Und bei uns war es jetzt ganz konkret so, dass wir dieses Lied gelernt haben nach diesem berühmten Probier's mal mit Gemütlichkeit mit einem anderen Text, wo eben diese 1-4-0 vorgekommen sind. Wir haben eine Rhythmusgeschichte gehabt und wir haben sie eingeladen zum Hören von den verschiedenen Instrumente. Und dann war natürlich die Dramaturgie mit dem gefährlichen Erlebnis, wo sich irgendwie ein bisschen mitzittern und alles geht gut aus. 34 Orchester, 84 Konzerte, 1500 Musiker und Musikerinnen aus 19 Nationen sind beeindruckende Zahlen, mit denen die Mid-Europe aufwarten kann. Es sind noch tausende Fans dazu zu zählen, vor allem, wenn in Schladming die lange Nacht der Mid-Europe angesagt ist. Eine wunderbare Veranstaltung, ein großes Highlight für Schladming, so viele Leute da, wunderbar. Ein toller Abend. Es ist quasi ein Must-Have für jeden Musikanten bei uns im Bezirk. Deshalb, es ist eine super Stimmung. Wir sind sehr begeistert. Das Essen ist gut, das Trinken ist gut, die Musik ist noch besser. Ich weiß immer mehr. Die Mid-Europe ist für uns irrsinnig wertvoll, weil es den Namen Schladming, Schladming-Tachstein in die Welt hinausträgt. Wir bekommen damit Bekanntheit auch als kultureller Veranstaltungsort und die ganze Gemeinde ist auf den Beinen. Man ist einfach nur dankbar und stolz über das. Es ist natürlich ein wunderbares Ereignis. Man sieht, Blasmusik ist weltumspannend und man kann sehen, welche Begeisterung und Leidenschaft unsere Blasmusik ausmacht. Ein Tattoo in der Blasmusik bedeutet kunstvoll marschierende Kapellen, die mit komplizierten Formationen beeindrucken. Ein weiterer Höhepunkt der Mid-Europe war, als die über 200 Mann und Frau starke Michigan State University Spartan Marking Band ihr Können zeigte. Das große Tattoo der Mid-Europe 22. Eine Marsshow, die es so nirgends gibt. Wir haben dabei die regionalen Kapellen natürlich ganz vorne hinein. Dann haben wir den Musikverein Lassing, die Militärmusik Oberösterreich mit Unterstützung von der Garde Musik Wien, Militärmusik Vorarlberg und die Saratoga Percussion Ensemble. Das Highlight, die Michigan State Marching Band. Das sind 223 marschierende Musiker. Wir haben ja schon die Parade beim Hereingehen gesehen und die werden da eine Show auf die Planei, auf den Asphalt zaubern, was man glaube ich bei uns einfach noch nie gesehen hat. Die kommt ja aus der Football-Tradition aus Amerika und das gibt es einfach bei uns nicht. Und wir sind so froh, dass wir jetzt einmal eine amerikanische Marching Band da haben, die das demonstriert, was da drüben so los ist. Ja, es ist schon ein großartiges Privileg für die Planei auch Wurzenbahnen, dieses Tattoo, die Marsshow, hier bei uns willkommen zu heißen. Dankeschön unserem Partner von der Meet Europe. Wir freuen uns immer, wenn Sie anrufen. Wir kommen wieder gerne zu euch und ich sage herzlich willkommen in Planei-Stadion. Mir fällt es voll gut und mir gefällt auch fürs Tanzen und so. Das muss ganz schön schwer sein, das zu merken, wo man jetzt auch hingehen muss. Und wenn man heute sieht, diese Tattoo-Show, da kann man nur glücklich sein, sich wohlfühlen. Zusammen mit der Meet Europe hat sich die Gemeinde Haus ein Schmankerl für unsere Einheimischen überlegt. Der Horgast, eine Ensthaler Tradition, wurde wieder zum Leben erweckt. Lockeres, ungezwungenes Beisammensein, war am Samstag im Schlossgartenhaus geboten. Ja, die Zuschauer erwartet einfach zusammenkommen, musizieren, Gemütlichkeit, Regionalität und Abwechslung. Und das ist natürlich was Besonderes, was in der Zeit unglaublich wichtig ist, dass man wieder miteinander dreht, dass man gemeinsam Musik hört. Also das ist das Schöne daran. Ich glaube, es ist einfach erdige, bodenständige Musik, schöne Harmonien, die das Herz, die Seele berühren. Und ich glaube, das macht die Musik aus, was man gern zuhört. Nicht nur konzertant, auch quasi begleitend zur Unterhaltung, zur Kommunikation. Für einen unvergesslichen Abend sorgte das Welterwachsenen- und das Weltjugendblasorchester, die fixer Bestandteil der Mid-Europe sind. Bei vielen von ihnen ist die Mid-Europe 2023 schon fix im Kalender eingetragen. Es hat uns sehr, sehr gut gefallen und die Mid-Europe ist einfach eine Woche tolle Musik und gute Stimmung. Also wir fahren schon Jahre heraus und es macht uns immer wieder Freude, den Musikern zuzuhören und es ist einfach fantastisch. Wir haben das zum ersten Mal erlebt jetzt dieses Jahr und wir sind total begeistert von allen, die da mitgemacht haben. Und die ganzen Musiker, die hier so enthusiastisch ihr Programm abgespult haben. Das Highlight war eigentlich jetzt heute Abend, finde ich, dieses Viwop. Das war also der Wahnsinn. Ich habe Gänsehaut pur. Gestern das Tattoo auf dem Platz, auf dem Planetenplatz, das war wunderbar. So viel Musiker in einer Darbietung, sowas haben wir noch gar nicht gesehen. Wehmut beim Abschied, aber auch große Vorfreude auf das Mid-Europe 2023. Damit kann die Schlusszeremonie am besten beschrieben werden. Das Auseinanderscheiden mit der Betonung auf das Wiedersehen, wurde im Kongress groß gefeiert. Naja, natürlich ist Wehmut dabei, wenn man so viel Herzblut und Engagement und Kraft in so ein Festival investiert. Das ist klar, dass dann am letzten Tag beim letzten Konzert, beim letzten Stück bei der Europa-Hymne, Ach, das schmerzt schon ein bisschen, aber gleichzeitig natürlich auch die Vorfreude, dass es 2023 wieder Mid-Europe geben wird. Und ja, es gibt eine Besonderheit. 2023 wollen wir die Frauen in der Musik ein bisschen vor dem Vorhang holen. Wir sehen uns am nächsten Mal.